Herzlich willkommen zu Asklepios Informationssendung. Ist denn auch alles dran, fragt man scherzhaft, wenn kleine Jungs und kleine Mädchen geboren werden. Aber vieles erkennt man eben doch nicht von außen. Die meisten Missbildungen an Neugeborenen befinden sich statistisch gesehen nämlich im Harn- und Genitaltrakt. Und um dieses Thema, wie man diese Missbildung behandeln kann, darum geht es heute. Bei mir ist Dr. Ralf Thiel. Er ist Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie an der Asklepios Paulinen Klinik in Wiesbaden. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Thiel. Gerne. Erklären Sie uns erst einmal, welches sind denn die häufigsten Phänomene, mit denen Sie zu tun haben? Ja, also in der Kinderurologie haben wir sehr häufig zu tun mit Fortverengungen, sogenannte Phimose, mit Hodenhochstand, dass der Hoden nicht ganz in den Hodensack runtergekommen ist, mit Inkontinenz und Bettnässen, wie das im Fachmenschen heißt, Enoresis oder auch mit seltenen Fehlwillungen an den Nieren, an der Blase oder an der Harnröhre. Wenn wir jetzt über die Phimose sprechen, also über die Vorhautverengung bei kleinen Jungs, wie oft kommt das denn vor? Ja, da muss man unterscheiden, wie alt ist der Junge? Als Neugeborener ist die Vorhaut in der Regel mit der Eichel verklebt, löst sich erst in den nächsten drei, vier Jahren von alleine. Und nur, wenn es sehr eng ist, man kann die Vorhaut tatsächlich nicht zurückschieben hinter die Eichel, dann sprechen wir von einer Phimose. Und im ersten Lebensjahr sind etwa die Hälfte der Vorhauten noch total verklebt und nicht zurückschrebbar. Das heißt also, wie jung sind dann Ihre jüngsten Patienten? Die kommen meistens so mit drei, vier Jahren. Mit drei, vier Jahren. Wenn den Müttern meistens auffällt, ach da stimmt was nicht oder die anderen Jungs sehen anders aus oder da ist was eng, wenn man es zurückschiebt oder sie wollen es sauber machen und es geht nicht, da fällt das auf. Das kann sich zwar noch lösen, aber manchmal muss man auch was tun. Gibt es da unterschiedliche Schweregrade oder Gefährlichkeitsgrade? Also ich kann mir vorstellen, dass das ja unter Umständen sich auch auf das Wasserlassen auswirken könnte. Das wäre natürlich die Extremform, wenn es sehr stark ausgeprägt ist. Wir sprechen von einer absoluten Phimose, wenn die Vorhaut gar nicht hinter die Eichel zurückzuschieben ist und unterscheiden das von einer relativen Phimose, wo es zwar zurückzuschieben ist, aber dann eng wird. Und im schlimmsten Fall kann sich so eine Vorhaut dann auch hinter der Eichel verklemmen und entsteht eine starke Schwellung der Vorhauten des Penis, was wir Paraphimose nennen. Und die Phimose kann auch so stark sein, dass tatsächlich vorne gar kein Urin mehr rauskommt. Das gibt es auch. Also wenn es jetzt, ich stelle mir gerade die Mütter vor, die dann ganz entsetzt feststellen, dass da unter Umständen eine Schwellung ist, eine rote Schwellung, das würde dann vermutlich bedeuten, sofort zum Arzt? Auf jeden Fall. Schmerzhafte rote Schwellung, sofort zum Arzt. Kann Entzündung sein, eine Vorhautentzündung oder Penisentzündung oder auch schon so eine Paraphimose. Ja. Und bei den anderen, wo man dann so feststellt, das sieht irgendwie anders aus oder vielleicht sagt auch der Kinderarzt was, was können Sie denn da tun? Ja, zunächst erstmal untersuchen. Stimmt das wirklich? Ist es nur eine Verklebung, was in den ersten Jahren, wie gesagt, normal ist? Oder ist es was Behandlungsbedürftiges? Macht es überhaupt Probleme? Ist anatomisch alles korrekt? Liegt die Harnröhre tatsächlich auch an der Spitze der Eichel oder mündet irgendwo anders, was auch eine Fehlbindung wäre? Und dann natürlich den Schweregrad feststellen und dann je nachdem, ob schon was vorgefallen war, eine Entzündung, eine Verengung, dass die nicht zurückzuschieben war, muss man entsprechend auch therapieren. Und welche Möglichkeiten gibt es da? Da gibt es heutzutage und das hat sich in den letzten Jahren auch durchgesetzt, dass man erstmal konservativ behandelt, das heißt eine Salbenbehandlung macht, in der Regel mit einer sehr niedrig dosierten Kortisonsalbe. Die kann man einfach auf dem Penis auftragen über mehrere Wochen und die Erfolgsraten sind sehr hoch. Das geht bis 90 Prozent, dass sich vor Ort tatsächlich unter dieser Behandlung dann nochmal weitet und keine weitere Therapie wie Operation erforderlich ist. Wieso weitet sich denn die Haut durch eine Kortisonsalbe? Die Kortison kennt man ja eigentlich als Bekämpfer von Entzündung. Ja, aber es macht an der Vorhaut auch ein weich werdendes Gewebes und kann da relativ engen sehr gut beseitigen. Wenn das natürlich eine komplette oder narbige Phymose ist, die gar nicht beweglich ist, dann hilft eine Salbe nicht mehr, dann muss man auch mal operieren. Und wie sieht diese OP aus? Bei der Operation, bei der medizinisch indizierten Zirkunzision, Beschneidung wie man das nennt, wird die Vorhaut meistens komplett oder auch unvollständig, das heißt man entfernt nur den engen Ring vorne an der Spitze, entfernt, wieder mit kleinen Nähten zusammengenäht, sodass die Vorhaut nachher wieder zurückschiebbar ist. Ist kein großer Akt, kann man auch ambulant machen, die Kinder beeinträchtigt das nicht sehr stark. Die Beschneidung der Vorhaut, das ist ja grundsätzlich so eine Frage, rein medizinisch jetzt, also Eltern werden sich fragen, ist das nicht sowieso sinnvoller, weil man ja hört, unbeschnitten kann Krankheiten übertragen. Könnten Sie da uns nochmal die Vor- und die Nachteile schildern von der Vorhautbeschneidung? Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Das geht bis hin zur rituellen und religiösen Beschneidung. Natürlich, ja. Insgesamt kann man sagen, die Vorhaut ist ein Organ, das auch eine Funktion hat. Die sollte man nicht unbedenklich einfach opfern. Es gibt keine überfließigen Organe im menschlichen Körper. Sie dient der Befeuchtung und dem Schutz der Eichel und sie ist auch ein sehr sensibles Organ. In der Vorhaut selber hat man viermal mehr Tastkörperchen als sonst ohne Vorhaut. Also es ist schon eine Funktion. Beim Sexualakt hat es eine Verschiebefunktion. Also man sollte die Vorhaut nicht einfach opfern, nur weil es irgendwelchen Modeerscheinungen oder anderen Vorgaben entsprechen würde. Es ist auch so, dass diese Entzündung, die man immer veranschlagt, also Harnwegsinfekte, Virenentzündung, sogar Übertragung von Geschlechtskrankheiten und sowas, das ist natürlich statistisch etwas niedriger, wenn man keine Vorhaut hat. Aber wenn man ausreichend Hygienemaßnahmen einhält, Waschen, Wasser und Seife ist da ein kleiner Tipp, oder auch Kondome bei Geschlechtsverkehr, da ist die Gefahr nicht größer als ohne Vorhaut. Ja, und Sie sagten schon, also man würde dann in diesem Fall medizinisch indiziert, also medizinisch veranlasst eine Vorhautbeschneidung vornehmen, wenn es diese Verengung gibt. Wie lange dauert die und wie schnell ist das Kind danach wieder, so wie früher, also das Alte sozusagen? Ja, also insgesamt muss man sagen, dass kleine Kinder kleine Operationen sehr gut überstehen und verkraften und das nicht groß, keine großen Schäden macht. Die Operation selber dauert 20 Minuten, kann man ambulant machen, in Regel aber in Narkose, das sollte natürlich schon sein, man sollte jetzt ja nicht mit örtlicher Betäubung oder Cremes oder sonst was arbeiten. Da ist Narkose wichtig. Ein Kind geht anschließend mit der Mutter wieder nach Hause, kriegt einen kleinen Verband dran, der wird am nächsten Tag entfernt. Die Fäden fallen nach zwei, drei Wochen ab und nach vier Wochen sieht es eigentlich schön aus. Und kommt auch nicht wieder, verengt sich nicht wieder? Eine komplett entfernte Vorhaut kann nicht wiederkommen, wo keine Vorhaut ist, auch keine Vorhautenge. Bei einer Teilbeschneidung, da haben Sie recht, eine plastische Beschneidung sozusagen, da belässt man ja ein Stückchen Vorhaut und da entsteht ja auch eine kleine Narbe. Narbe haben immer die Tendenz zu schrumpfen, da kann es theoretisch auch in gewissem Prozentsatz auch zu einer erneuten Vorhautenge, zu einem Rezidiv kommen. Okay, das muss man dann im Einzelfall entscheiden. Sie hatten eingangs noch weitere Phänomene aufgezählt, die Sie behandeln, unter anderem auch das Bettnässen. Das ist ja deshalb auch spannend, weil es ja auch Mädchen betrifft. Über welche Art des Bettnässen reden wir jetzt? Was ist da bei Ihnen das Häufigste? Da unterscheiden wir ja insgesamt grob über zwei große Themen. Das eine ist das nächtliche Bettnässen, das reine nächtliche Bettnässen, die sogenannte Enoresis und das Bettnässen, das auch mit einer gewissen Tagessymptomatik einhergeht. Also die Kinder, die auch schnell auf Toilette tagsüber müssen, vielleicht auch tagsüber Urin verlieren, andere Probleme haben. Das sind die zwei großen Gruppen. Und wenn wir jetzt über das Bettnässen, über das nächtliche Bettnässen, also darum ja auch das Wort Bettnässen reden, welche Ursachen hat es da? Also Eltern machen sich ja dann Sorgen, entweder, dass das Kind nicht aus den Windeln rauskommt oder dass es sozusagen wieder in die Windeln reinkommt. Wie gehen Sie da vor? Also jemand kommt zu Ihnen, sagt, unsere Kleine sehen Sie hier. Was machen Sie? Erst muss man natürlich gucken, wie alt ist das Kind, das Mädchen oder der Junge? Wobei wir ja sagen, dass bis zum fünften Lebensjahr das Trockenwerden noch andauern darf. Ab dem fünften Lebensjahr ist es erst eine richtige Erkrankung. Vorher ist es ein Reifungsprozess, der über Jahre halt geht. Beim einen ein bisschen schneller, beim anderen ein bisschen langsamer. Also das ist schon mal das wichtigste Kriterium. Dann erfragen wir natürlich, wann tritt das auf, wie oft im Monat. Auch das ist ein Kriterium bei bestimmten Situationen. Ist das nur tags, ist das auch nachts? Gibt es andere Probleme mit Stuhlgang, mit anderen gesundheitlichen Problemen? Gab es andere Erkrankungen? Das muss man natürlich alles vorher abklären. Ja. Welche sind denn dann die häufigsten Maßnahmen, die Sie treffen müssen, die Sie anwenden müssen? Also das Wichtigste ist die Aufklärung des Kindes und der Eltern. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Vielfach wird gar nicht gewusst, ist es überhaupt normal. Dann kommen Dreijährige, die schon trocken sein sollen, jetzt in den Kindergarten gehen sollen und mein Kind ist noch nicht trocken. Was normal ist. Oder es kommen Ältere, die schon trocken sein sollten. Also Aufklärung ist ganz wichtig. Über wann wird man trocken? Was sind die Ursachen? Es ist ein Reifeprozess. Wie ist es mit dem Trinkverhalten? In der Regel müssen diese Kinder dann auch für ein paar Tage ein sogenanntes Trinkprotokoll oder Emjektionsprotokoll, also ein Wasserlassenprotokoll führen, wo wir dann sehen, wie viel sie überhaupt trinken. Wann kommt es zu diesen Einnäßungsepisoden? Wie oft ist das? Das sind alles wichtige Dinge, um die Ursache und die Behandlung dann zu planen. Das hört sich für mich jetzt so an, als ob es im Wesentlichen um Psychologie geht, um Verhalten, um Ansprüche, um Selbstverständnis. Also wie bin ich selbst als Mensch und gar nicht so sehr darum, dass da was operiert werden muss? Ja, also meistens haben wir gar keine organischen Fehlbildungen. Das ist ein Reifungsprozess. Da hat, ich sage immer, da ist was nicht richtig verschaltet. Da kommuniziert das Gehirn nicht richtig mit der Blase und die Blase nicht mit dem Gehirn. Diese Prozesse müssen gelernt werden. Und da hilft sehr viel Aufklärungsarbeit, hilft da sehr schön und ist auch sehr erfolgreich. Und manchmal müssen die Kinder auch lernen, geordnet und regelmäßig auf die Toilette zu gehen. Viele Kinder spielen, sind so abgelenkt, dass sie den Tagsüber vergessen, auf die Toilette zu gehen. Und wenn es dann kommt, geht es ganz schnell und dann quetschen sie sich auf der Toilette schnell was ab. Und das mag die Blase gar nicht. Die Blase mag Regelmäßigkeit und geordnet und Ruhe auf der Toilette. Damit ist dann meistens schon sehr viel geholfen. Gut, also wenn wir jetzt so dabei bleiben, dass die, dass es in Wirklichkeit gar nicht um das OP-Skalpell geht, sondern eben um das Verhalten. Vielleicht haben Sie ja so zum Schluss unseres Interviews noch mal so ein paar Tipps für Eltern. Ich sage mal die Do's and Don'ts. Also was ganz schlecht ist für die Kinder und auch für die Eltern ist, sind natürlich Bestrafungsmaßnahmen. Wenn das Bett wirklich mal nass geworden ist, zu schimpfen und das geht nicht und du bist schon so alt. Das ist kontraproduktiv. Die Kinder brauchen ein bisschen Verständnis und ein bisschen Aufklärung. Wenn es wirklich tatsächlich abends immer auftritt, dann kann man abends ein bisschen weniger trinken. Das heißt aber nicht gar nichts trinken, sondern ein bisschen einschränken, das auf den Tag verteilen. Wenn sie dann mal bei Freunden schlafen oder sonst wie unterwegs sein wollen, kann man auch mal ein Medikament geben, aber nur vorübergehend. Ein Medikament, das vom Arzt kommt. Das vom Arzt verschrieben wird, das zum Beispiel die Urinausscheidung nachts hemmt. Bei vielen Kindern ist es so, dass einfach nachts viel mehr Urin produziert wird und die Blase noch klein ist und die es nicht halten kann. Das kann man schon mal mit einem Medikament vorübergehend behandeln. Ansonsten sind einfach Entspannungsübungen oder auch die Verordnung eines Gerätes notwendig, mit dem die Kinder lernen, die Blase zu kontrollieren und in die Schließmussel zu kontrollieren. Ist das eine Biofeedback-Methode, von der Sie sprechen? Das ist nicht. Also wo man sozusagen die persönlichen, also das, was im Körper abläuft, zu erkennen lernt durch bestimmte Tonsignale, glaube ich auch, so was. Ja, da gibt es Geräte, Biofeedback-Geräte, man klebt eine kleine Klebeelektrode an den Beckenboden, das Kind hat dann so ein kleines Gerät in der Hand, wo Symbole drauf sind und damit kann es quasi den Beckenboden versuchen zu verstehen und zu steuern. Das ist sehr hilfreich, bis zu 80, 90 Prozent auch. Ja, erfolgsversprechend. Und womöglich ist es dann nochmal spannend, auch für Kinder. Ja, absolut. Das ist nahezu fast wie ein Spielzeug. Ja, die Kinder genießen diese Beschäftigung mit der Materie. Da gibt es ja auch so kleine Mektionskalender mit Sonnen und Lachen und weinen, Gesichtern und so. Und allein das, Aufklärung und Beschäftigung mit der Materie, macht schon eine ganze Menge Kinder trocken. Vielen Dank, das ist ein schönes Schlusswort. Schönen Dank und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! ch-